Nein Oh, hau'n Viecher! Schalt's lauwe aus! Das geht nie! Ach, brauche ich nicht... Nee, du warst noch nie hier unten, das hier unten ist ja... Tunnel. Äh, Shing-Engine-Nacht, ich glaube so hieß das, ne? Nee, der fährt nie hier unten. Ich hab mich echt schon wieder hier. Haben wir schon dieses Eisen hier herstellen? Nee, ich brauche äh... Raff... Raffini... Das ist... Das haben wir, das haben wir drinnen, das ist in der... Ach hier, ja, ich hab's gefunden, ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Das ist ganz viel, aber ja... Ich werde lieber mal ein paar machen. Äh? Was denn los? Guck mal hier rein! Warte mal kurz, äh... Genau, warum mich gehört. Ach so... So, was ist jetzt hier drinnen? Wie... Wieder ein Schwein drinnen oder so? Nee, ähm... Ein Rehn, Hirsch. Ach so, ja das geht ja. Ach so... Wie ist denn das? Turtles... ... Ach so... Um... Uh... Oh... 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 Oh, oh... um das bruchte ich schluss es kann ich weg was ist das alles mal ja, du merkst schon Kettensäge fertig wie das? gebaut Ja, ist so, echt. Muss ich nur noch aufladen gehen. Ach ne, wir haben ja wieder so eine hessige Goldwitte. Wo denn, Sven? Direkt beim Haus bei uns. Linke Seite. Wenn du aus unserem Haus rauskommst, links. Ich bin gerade in der Form drin. Ich kann hier raus. Ja, würde ich dir nicht raten. Wollte ich dir auch nicht raten. Ich gehe unten rum lang. Aber du hast genug dort, wo unsere Betten sind. Ja, was? Ich kann hier nicht raus. Golem. Wieses Problem. Ich weiß nicht, ich bin unten hier so ein Werwolf. Ach gut, du hast ja die goldenen Schwerter, wenn du die noch hättest. Weißt du das noch? Nee. Jetzt sind wir angearscht. Wohl, warte. Oh, in der Metallkiste. Jetzt brauch ich so einen Rucksack, ey. Tja. Ich hab dir einen ganz großen lieb. Na, ist mir wohl nicht. In Vertrauen, dass es so bleibt. Aber, ne? Es geht mir doch wieder, wenn du ein Luke-Leader hast. Ja, ja. Ich fühl mich hier gerade ganz unsekund wohl. Hier knallst du schon wieder. Da will er in der Reine. Ich fühl mich hier gerade ganz unsekund. Ich glaub, ein Creeper war bei euch. Scheiße. Hey, hier will er in der Reine um. Ich hab Angst. Bei euch. Bei euch ist ein Transformer-Golem. Ich weiß. Und er knallt an der Türo. Er ist nur unter mir. Er ist nur unter mir. Äh, Sven hier ist unter mir. Ich hasse diese Creeper. Das ist doch nicht normal, ey. Und das willst du? Nein, das ist ein Gole. Das ist mir guckt mich genau an. Scheiße. Ich hab mein Bett gesporen. Ey, wenn der dort abbaut, Sven, Dirk. Ich kann natürlich dafür, wenn ich tot bin und dort um die Schmuss jetzt in der Ecke. Das ist mein Zeug nächstes Zeug. Oh, Mensch. Weißt du, wie viel Rohstoff ich jetzt hatte? Ja, ja. Naja, mehr als der Zwilling mitgebracht. Ich hab nicht eine andere Mine gefunden. Ach, das ist ja. Aber ihr habt bestimmt doch eine Falle eingebaut. Nicht, ob wir es finden. Das stimmt hier für Rekke oder so. Der hat aber Diamant-Block. Tötet ihn. Das kannst du knick nicht kriegen. Das kannst du mir überhaupt machen. Das ist mein Block in der Mitte. Das ist mir so interessant. Ich geh mal aufs Dach hoch und versuch's vom Dach aus mit Burgen. Oder mach das. Ich tue aber vor, mein ganzes Zeug in den Kisten sichern. Mach das. Das ist, glaube ich, sicherer. Und du machst gar nichts, wa? Ja. Kann er nie den Kisten. Ja. 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 Wenn er jetzt wegzieht, die Dinger hier. Hier. Aua. Siehst du das? Hast du ihn hier reingepullt oder was? Du. Aus meiner Zwendor geschossen hat. Der tut das jetzt doch transformieren. Nee, ich. Der ist schon transformiert. Der stellt zeigt uns bei euch im Haus. Scheiße. Ja, toll. Toll. Ich hab mich ja nie bewegt extra, deswegen hab ich dir gesagt. Ich hab keine Waffen, nisch. Ich kann nicht schwachen. Das ist keine Ausrede. Beschießt du ihn, Sven? Ich versuch's aber, dass du... Du, du, du triffst. Ich hör das. Ja. Der Bleus, der beschießt mich ja auch, weißt du. Mit was denn? Mit Steinen, die er wirft. Toll ist ein Zombie auch noch drinne? Unten. Äh, ich hab hier einen schwebenden... Ich hab hier einen schwebenden... Was schwebenden? Ofen. Ist das noch ein Geist hier bei mir? Kill den Geist. Was sagst du so leicht? Erstmal in der Nähe. Werden den. Oh, hör doch auf jetzt! Ich schweb... Ich glaub, ich... Ich muss nur etwas geben, beenden. Ich mache... Ich gehe die ganze Zeit. Aua! Du, du brauchst nie wenden Der macht alles im Arsch, der Golem hier Oh, wie sieht denn das hier aus? Immer wenn er es wegzieht, dann wirst du das machen schaden, wisst du wie ich es meine? Wenn er so einen Klotz wegzieht, dann die strift Haben wir hier im Lager überhaupt was zum Fressen? Wenn ich mal Pfeile hätte Das finde ich, ich hab bloß da Ebolzen, Alter Ich komme auch rüber Nein, ich muss hier bleiben Oh, sie sind draußen aus Werbe-Wolfe sind draußen Sven, du hast nie zufällig drüben Federn Toll, jetzt kann ich mal wieder mein Zeug Ich kann da mal schauen Ich brauche unbedingt Federn Ich versuch für dich, Manni Du, ich bin gar nicht mehr da, Dirk Das ist teils Toll, ich hab lieber ein Schwer, gar nicht wieder Ganz alleine Ja, hier sind genug Federn Dirk, du hast drei Schwerter Hier sind mehr Du hast ja vier Schwerter Du hast vier Schwerter Du hast vier Schwerter, Warte Jetzt reg dich, Manni, auf Matthias, hier sind genug Federn Ich mach jetzt was anderes Ich komm rüber, Sven Ja, ich muss in der Kiste gucken Ich gucke mal hier Ich baue uns, ich baue uns Bolzen Komm mit Der Golem lebt ja immer noch Ja Was, oh, was pullst denn du denn? Ich hab den nie gepullt Ich hab den bloß gesehen Weil ich wollte vor allem da sitzen Tu den mal belessen und ablenken Geht's hier hoch? Wo geht's hier hoch? Wo geht's hier hoch? Ja, die kommen Äh, wo sind die Federn? Hier beim Werwolf Der Werner ist uns da draußen los Gibt's sowas wie nen Heiltrank? Ich hab doch irgendwie ein Monster hier höher gestiegen Nee Gibt's sowas wie nen Heiltrank auch? Hier, Sven Hier, Sven Gut Das find ich schwer Das find ich schwer Was ich jetzt vorhabe Niemals den Aufenthaltsraum verlassen Niemals den Aufenthaltsraum verlassen Ich brauch zum Fressen, Leute Ich hab bloß ein Leben Hier, komm her Hier, komm her Ich hab Abel gefunden Nein, lass den Abel rein Tu den Abel rein Hier, komm her Tu den Abel rein Gib den Abel her Gibt den Abel her Den Abel ist ja wieder drinnen, Mensch Was haben wir's denn überlegen? Einen Abel rum Ich kann dir auch noch Brot geben, wenn's... Hey, gut, ich hab'n Völlerstma So, jetzt geh' ich wieder hochgucken, was mit dem Oger ist Hast du genug Pfeile? Ja Gelassen? Äh... Ich hab' vier Stacks Ich hab' bloß ein Bolzen, was ist denn das? Was? Ich hab' vier Stacks Ich hab' bloß ein Bolzen drinnen Hier 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 hast du noch eins Ja Jetzt hat er wieder Hier hast du noch eins Dirk, ist er noch da oder viel? Ja, ich weiß ich nie Ich bin jetzt noch mal dort Ist bloß ein Enderman da Wo ist denn das? Ich such' mal Zeug gerade in der Höhle Ach, was habt'n ihr hier angerichtet? Wir sind hier über Lächer Ey, guck' immer an, was dort bei unserem Haus passiert ist Ach Dirk, was hast du für eine Scheiße gemacht hier? Ich hab' nichts gemacht Das ist aber das Problem, du hast es nicht gemacht Ich hab' ja keine Waffen durch mich Ich kann mich nie hören Hier ist ein Schwert Hier ist ein dritte Schwert Hier ist ein dritte Schwert Hier ist ein dritte Schwert Ich sollte mich ja nie bewegen, habt ihr gesagt Hier sind drei Schwert da drinnen Ich hab' hier im Haus schon alleine Sechs Schwert da Vier... Drei... Vier Schwert Hier im Haus alleine Vier Schwert da Kann ich aber meine wichtigen Gegenstände holen? Hä, hab ich mich jetzt verladen? Ja 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 Ach so, die Kettensäge wollte ich aufladen gehen, damit ich Gummi besäugen kann Kettensäge? Ja Motorisierte Kettensäge hab ich geholt Ich bin ja glaub im Fallen schon hier drinnen Was ist denn mit uns in Haus passiert? Wie sind hier Löcher überall? Dirk, Dirk Dirk, was hast du getan? Wir müssen doch rein, das ist Luft Mr. Creeper Bring me a dream Trin Bring me a dream Mr. Creeper Dinnen D D schreit ab bis doch zum lachen oder alles hatte replies der st die stürmer neides ohne scherze Du könntest ja mal, wenn du im Haus bist, kannst du ja mal das Fleisch machen. Bin ich nach dem Haus. Soll ich ja gemein. Irgendwie ist das gemein, was ich hier mache. Ich gebe Bäume fällen. Mit Ketten. Oh, das ist eine geile. Wenn es geht, hinten im Urwald. Ich will das rote Urwald-Zeug haben. Nur wenn du so lieb bist. Hört mich voll. Diesmal behalte ich nicht mehr. Zwei gemacht, zwei verloren. Ey. Geh mir aus dem Weg. Wie heißt die Jungkuh? Kalt noch. Kalt, geh mir aus dem Weg. Gut. So, jetzt lasse ich noch die Viecher vögeln. Da haben wir wieder mehr Fleisch. Cool. Und dann werden sie abgeschlachtet. Haben wir ja wieder drei. Eins muss ich lassen. Ach, die Kettensäcke ist schon wieder alle. Ist das schlimm? Wir waren gerade mal vier, drei. Ein paar Bäume hier. Na ja, die muss bestimmt, die muss schon stärker werden. Soll helfen? Ja, das bestimmt andere Aufsätze muss. Was heißt du? Wieso? Ich brauche euer Ladegerät draußen. Mehr Leistung. Tim Taylor, wa? Kann man rausgehen? Ja, ja. Alles sauber. Hat inner Dreck? Ne, ich... Ne, wirklich viel. Naja, wegen den Löchern mal zumachen, weißt du. Hat inner Kohle? Du brauchst mal sagen, was willst du jetzt mit Kohle, ne? Toll. Dann muss ich jetzt...